So, und damit herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge Morrowind und der nette Juwelier hier gibt uns Kohle ohne Ende. Also gehen wir jetzt einen tollen Pfeil suchen und mal schauen, wo wir uns sprechen. Da sind wir vorhin schon vorbeigelaufen dran. Wollen wir doch mal sehen. Wir speichern auch mal. So, wir müssen mal schauen, wo diese tollen Pfeile sind. Worum geht es denn? Still doch gar nichts von euch, Leute. Ist doch alles gut. So. So, Wohndistrikt. Dann müssen wir hier nach oben. Okay, geradeaus. Das da ist die Tür, wo wir hinwollen. Lassen wir ihn mal runtergehen. So, bevor wir uns hier gegenseitig problematisch in die Füße fallen. Und wir brauchen... Alles gut, Leute. Chillt mal ein bisschen. So, wir brauchen das Wachquartier. Okay. Ist das euer Ernst? Ach, du heilige Scheiße. Wir werden es so aufs Maul bekommen. Ihr seid sicherlich auf der Suche nach einer Taverne. Oh, Schütze. Nun, ich bin sicher, dass ich euch dabei nicht helfen kann. Oh, toll. Können wir nicht so ein Teil raufstellen und uns dann hier so... Probieren wir es mal von hier aus. Gut, einen haben wir schon mal. Den zweiten. Den dritten. Den dritten. Hi. Na komm, einer fehlt noch. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Äh, nö, alles gut. Nix zu sehen hier. Kst, geh weiter. Na komm. Geh schon. Danke. Huch. Juhu. Vier Stück haben wir jetzt, oder? Vier Stück haben wir. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Ach, da oben liegt nur ein Kurzbogen. Gut. Damit sind wir so weit fertig hier. Und wir könnten wieder gehen. Wah, nett bei euch, Leute. Hm. Dupdi-du. Was denn jetzt schon? Ach, was denn nun, Schaffee? Wollte ich hier nur mal umsehen. Tschüss. Tschüss. So. Oh, das ist da oben. Sieht sogar aus wie ein... Skarabeus. Schade, sagt er das. Na gut. Wir speichern zur Sicherheit nochmal, denn wir haben es geschafft. Die Aufträge sind erstaunlich leicht. Zumindest die Anfangsaufträge. Und wir kriegen verdammt viel Kohle dafür. Ich habe es auch mal gesehen. Die Dinger sind jetzt 500 pro Stück wert. Mal sehen, wie viel wir dafür jetzt bekommen. Was kann Kaschima? Ihr hört es auch. Ich grüße euch vielmals. Was war denn das? Ach gut, wir geben ihm jetzt erstmal das Ding hier. Pfeile des Ermessens. Oh, gut. Eins zu eins Geld bekommen. Okay. Und er kann uns jetzt auch bei Kopfgeldern helfen. Nachdem... Ah, okay. Er hat soweit jetzt keine Aufgaben mehr für uns. Hat er jetzt wieder Aufgaben für uns? Okay. Wir sind jetzt Schwarzkappe. Ach, da ist er ja. Glück und Grüße für euch. Äh, lass mich mal durch. Ich faucht. Ach du Mäui, wie süß. Gott, wie niedlich. So. Äh, lass mich mal wieder durch. Aber ich höre noch irgendwo einen. Die ist, glaube ich, hier einfach hängen geblieben. Genauso wie die alle ihn blockieren. Na gut. Das ist die Frage, wo machen wir weiter? Wir können nach Balmora oder Satridmora jetzt gehen. Ich glaube, wir probieren es einfach mal in Balmora als nächstes. Und machen da ein paar Aufträge. Teilt eure Gedanken mit mir. Wollt ihr euren Reichtum nicht teilen? Ich habe vieles, das ich euch zeigen kann. Reisen nach Balmora bitte. Hallo, liebe Leute. War lange nicht mehr hier. Oh, wir könnten vielleicht das jetzt mal kurz probieren. Könnt ihr die bitte in eine andere Richtung gucken? Hallo. Wir speichern mal kurz. Mist. Ah gut, dann probieren wir es mal mit dem Trank. 35 Fuß hoch? Endlich etwas Interessantes. Und zwar brauchten wir... Na also. Hallo. Arngeist oder Skelettschergen? Wo habt ihr das her? Das ist meine Abschrift von die Legion der Toten. Ach, na gut. Ich bin ein Totenbeschwörer. Seht. Ich werde euch ein Zauber lehren. Doch ihr dürft kein Wort darüber verlieren. Ich kann euch den Zauber-Arngeist beschwören. Oder Zauber-Skelettsch-Stärken beschwören beibringen. Was in euch lieber ist. Äh... Was davon haben wir denn schon? Wir haben beide schon. Mann. Gut, das äh... Okay. Wie ihr wünscht. Es ist nicht ganz einfach. Shan nimmt euch beiseite und lehrt euch einen Arngeist zu beschwören. So. Vergesst nicht. Ihr habt versprochen darüber stillschweigen zu bewahren. Toll. Haben wir das jetzt zweimal? Nein. Wir kannten den Zauber leider schon. So ein Mist. Willkommen. Bitte sprecht. Oh. Entschuldigung. Ich hab ja noch Skoma in der Tasche. Ups. Vielleicht sollte ich demnächst einfach mal, ähm, kurz nach Hause und meine Taschen leeren. Mal in der Zwischenfolge dann gleich. Also zwischen den Folgen. So. Und zwar ist die Typisch-Gilde auf der anderen Seite. Da waren wir auch schon ein paar Mal. So. Worum geht es denn? Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Ähm, in der Krieger-Gilde aufzuräumen? Oh nein. Mist. Okay. Dann... ...hören wir uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Ja. Ich wusste nicht mehr ganz genau, wo hier unter der Strecke das Sting... äh, stehen geblieben. Abgeschmiert ist. Deswegen bin ich jetzt einfach direkt zur Südwall-Taverne. So. Wie steht es um euch? Und wir haben hier Honigmund. Hallo. Ich möchte arbeiten. Ein Freund von Habasi will einen Diamanten. Nalkaria, die Alchemistin, hat Diamanten. Eine Freundin möchte Diamanten. Bringt Habasi einen Diamanten. Gute Jagd, Freund. So böse es klingt, das ist deutlich einfacher. Wenn ich kurz Lehner mache. Wir haben hier doch noch irgendwo Diamanten rumfliehen. Ja, komm. Äh, ja, ich bin auch ein bisschen blöd. Ähm. Ach komm. Was soll's. Wir laden einmal kurz. So. Ja. Hier, Habasi. Genau. Arbeiten. Diamanten. Dann sagen wir nochmal Diamanten. Ja, hier ist einer. Ja, das ging ja flink. Ja, ein Diamant. Habasi wird sich um alles kümmern. Habasi kann euch nicht bezahlen. Bevor Habasis Freund Habasi bezahlte. Hababasi hat einen Trank für euch. Immer einen exklusiven Trank, ne? Wir sind auch ein bisschen, ähm, verwöhnt jetzt von unserem Juwelier. So, arbeiten. Will einen Schlüssel zum Haus Nerano? Habasi will den Schlüssel zum Haus Nerano. Erdgeschosse sind selten verschlossen, aber Habasi möchte heimlich nach oben gehen. Wer hat den Schlüssel? Undres Nerano hat einen Schlüssel. Habasi denkt, äh, sein Diener ist so, wo er in der Ratstaverne hat einen Schlüssel. Okay. Er verschwendet seine ganze Zeit und sein Geld in der Ratstaverne drüben beim Schlickschreiter. Und er hier? Er lebt in der Nähe von Nalkarias Laden. Sein Haus befindet sich am großen Platz im Ratsviertel. Ach, das ist der... Okay. Alles Klärchen. Ah. Jo. So. Dann gehen wir mal rüber zum Schlicksreiter in die Ratstaverne. Weil Mora hat erstaunlich viele Tavernen. So. Das hier ist die Ratstaverne. Hallöchen. Ja, Sir. Oh. Gut. Ähm. Ja. Arschloch. Wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Wir probieren einfach mal in seine Tasche zu greifen. Es fällt überhaupt nicht auf, was ich hier mache. Sobald das Schleichen mal funktioniert... Haben wir vielleicht irgendwie Chameleon oder so? Ah, gut. Zehn Prozent. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Wir sollten vielleicht mal was verzaubern. Chameleon haben wir natürlich nicht. Ich werde beobachtet. Ich spüre es. Mhm. Irgendwann wird das Schleichen schon was werden. Hm. Irgendwann. Ja, gut. Ähm. Ich weiß ja, dass die alle von der Kamona Tong sind. Und das ist ja das Gemeine. Oder war das Kamona Tong? Auf jeden Fall... Daaaa! Das funktioniert ja einwandfrei hier. Hallo Schleichen. Das hat doch gerade eben noch so gut funktioniert. Jetzt geht es gar nicht mehr. Speichern wir nochmal. Okay. Ähm. Hat er das gerade nicht gemerkt? Really? Wie? Mist. Schade. Sterben. Ja, Mist. Ähm. Das Problem ist tatsächlich das rausnehmen dann. Ups. Können wir natürlich auch so lange tritzen, bis er uns angreift. Das würde auch gehen. Oder wir warten, bis wir den Auftrag kriegen, hier den umzubringen. Sowieso. Musik ist eh leise gedreht, ja. Okay. Ähm. Wie machen wir das jetzt mit dem guten Kerlchen? Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zurück und gucken, dass wir etwas mit Chamäleon herstellen. Chamäleon herstellen. Irgendeinen guten Gegenstand. Hm. Ich würde schon fast sagen, dauerhafte Wirkung, oder? Wir brauchen einen davon und wir brauchen eine Rolle der goldenen Heiligen. Genauso wie das Schwert hier. So. Ups. Das müssen wir hier drüber machen. Wir speichern einmal, falls das hier nicht funktionieren sollte. Sorry, Gute. So. Dann. Können wir Chamäleon überhaupt? Das wäre natürlich jetzt das nächste. Unsichtbarkeit können wir. Stille. Reflexion. Zuflucht. Lärm. Schlüssel. Demoralisieren. Chamäleon. Strike. Hike. Es wird jetzt 1a teuer, aber dafür sind wir dann fast unsichtbar. Und wenn wir etwas tun, werden wir nicht sichtbar, wie eigentlich bei unsichtbar. High complicated. So. Magier-Gilde. Das zweifel-Gilde. So. Wir speichern ein. Uiuiuiui. So. Dauerhafte Wirkung. Und zwar Chamäleon. Da. Oh. Ich glaube, dauerhafte Wirkung wird wohl nix. Ich glaube, es gibt keinen Gegenstand, der das da fassen könnte. Ja, das wird wohl nix. Okay, Wirkung durch Benutzen, dann hätten wir auch einen anderen nehmen können. Können wir auch einen anderen Gegenstand nehmen? Was für einen bräuchten wir denn dann? Ja, wobei der Gegenstand eigentlich gar nicht so schlecht ist. 24 Sekunden immerhin. Ja, wobei, ähm... Na gut. Wie nennen wir denn den guten Ring? Äh... Wobei, ich glaube, mit nicht dauerhafter Wirkung ist es fast besser, einen Gegenstand zu nehmen. Der etwas... Ich rufe das Ding fast auch so viel. Wie der olle Ring. Ich nehme den Ring zur Sicherheit mal mit. Oh. Okay. Wir hätten einen dabei gehabt. Na gut. Was soll's. So. Dann machen wir das jetzt noch schnell. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Worum geht es denn? Ja. Hm. Und da sind wir auch schon. Hallo. Verzaubern. Eure Kleidung steht euch gut. 120. Na perfekt. So. Hä? Oh, Fuß. Hä? Ach, um Gottes Willen. Das hat er wieder auf dauerhafte Wirkung. Nein, ich möchte auf mich selber. Für 24 Sekunden. Oh. Ähm. Okay. 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 Äh. Okay. Wow. Das ist ein ordentlicher Preis. Äh. Vor allem, wenn wir nicht schleichen können. Uh, ähm. Ich glaube, das lassen wir erst mal. Ich war doch still. Ja, ich glaube, dafür haben wir dann doch noch nicht genügend Geld. Dann machen wir das so. Ja, so ein Mist. So ein verkackter Mist. Na gut. Oh, da ist tatsächlich eine Kerze. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, naja. Gut, in der Zwischenzeit werde ich mal kurz einkaufen bzw. verkaufen gehen. Und wir treffen uns in der nächsten Folge wieder hier an Ort und Stelle. Ja. Und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und hoffe, ihr sterbt nicht gerade. Irgendein Hitzetod da draußen. Ich hoffe auch, dass ich kein Hitzetod sterben werde. Ja, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ja.